Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu meinem neuesten Video. Wenn du dich für Botschaften der geistlichen Welt interessierst oder gerne immer die neuesten heilenden Energien erhalten möchtest, dann kannst du meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke betätigen. Denn wenn du die Glocke aktiviert hast, wird dich YouTube immer dann informieren, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann kannst du ganz sicher sein, in Zukunft nichts mehr zu verpassen, sondern immer die neuesten Botschaften von der geistlichen Welt zu erhalten. Und schön, dass du da bist, denn heute geht es um eine ganz besondere gechannelte Meditation. Und diese Meditation, die kann dir dabei helfen, dein Leben neu zu gestalten, so einzurichten, dass sich alte Glaubenssätze lösen und dass du durch diese Affirmationen, denn wir werden zusammen Affirmationen sprechen, dein Leben ganz anders gestalten wirst. Du wirst also enorm, enorme Energie erhalten und in dem Fokus, wenn wir dann die Affirmationen zusammensprechen, eine ganz neue Richtung einschlagen können. Es ist besonders wichtig, diese Affirmationen in der Energie des Channelings zu sprechen, weil ich ja für dich jetzt gleich, gleich werden wir beginnen, weil ich da in dem Moment für dich meinen Kanal öffne und dann fließt so durch mich die Energie der geistlichen Welt zu dir und wir sind dann alle in einem sehr geschützten Raum und in der Energie der Liebe der geistlichen Welt und die ist sehr intensiv. Also wir befinden uns dann in einer höheren Dimension und innerhalb dieser Energie sprechen wir dann zusammen bestimmte Affirmationen und du wirst sehen, dass wenn man diese Affirmationen in der Energie ausspricht, dass die nochmal ganz anders wirken und ich danke auch sehr, dass ich das für dich machen darf und ich freue mich auch sehr, dass du hier bist und ich danke der geistlichen Welt, dass ich das tun darf und so insgesamt ganz viel Licht und Heilung auf die Erde strömt und ich dieses weitergeben darf. Ja und jetzt fangen wir gleich an mit dem Channeling. Ich wünsche dir ganz viel Freude und vergesse nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft jedes neue Video mitbekommst und gleich bei den ersten dabei bist, wenn eine neue Botschaft der geistlichen Welt kommt. Ja und jetzt bereite dich vor, es geht gleich los. Ich lade dich heute ganz herzlich ein, in dieser gechannelten Meditation deine Gesundheit zu stärken, dein Immunsystem zu stärken und dich widerstandsfähig zu machen für die kalte Jahreszeit und dich überhaupt widerstandsfähig zu machen für jede Situation, welche schwierig für deine Gesundheit ist. und wenn du bereit bist, dann gebe mir mit deiner inneren Stimme ein Ja. Sobald du dieses Ja ausgesprochen hast, öffnet sich dein Herz und deine Seele ist bereit, dich zu führen. Mit diesem Ja ist ein ganz besonderer, intensiver Kontakt zu deiner Seele entstanden. Und so lasse dich jetzt führen. Und so lasse dich jetzt führen. Führen an die Stelle, wo du besonders intensiv mit deiner Seele, mit deinem Unterbewusstsein und mit dir sprechen kannst. Atme, währenddessen dich deine Seele führt, die vollkommene Liebe von Smarana ein. Atme diese Liebe ein und dehne dein Herz aus. Dehne dein Herz so weit aus, dass es so groß ist, wie du selbst bist. und du zu einer goldenen Sonne erstrahlst. Fühle diese goldene Sonne in dir leuchten und entspanne dich so tief, wie es dir möglich ist. Und dann spreche diese positiven Affirmationen nach. Tue dies mit deiner inneren Stimme und spreche nun. Ich achte auf meine Gesundheit. mir geht es mit jedem Tag, mit jeder Stunde, mit jeder Minute, in jeder Hinsicht besser und besser. Mit jedem Atemzug befreit sich mein Körper und wird immer gesünder und immer heiler. jeder Zelle meines Körpers geht es gut. und ich bin vollkommen gesund. Ich achte auf meinen Körper und ich liebe meinen Körper. mein Magen ist vollkommen gesund. Mein Blut regeneriert sich jeden Tag immer besser. meine inneren Organe arbeiten in vollster Gesundheit. mein Körper ist stark und ausgeglichen. Ich danke meinem Körper für die große Gesundheit, welche in mir ruht. All das, was du jetzt mit deiner inneren Stimme gesprochen hast oder was du vielleicht sogar laut ausgesprochen hast, all diese Informationen hat dein Unterbewusstsein aufgenommen. All diese Informationen werden nun in deinen Zellkernen gespeichert. Damit dies geschehen kann, werde ich nun reinigende Energie in deine Zellen senden. so fließt von Zelle zu Zelle reinigende Energie durch dich hindurch. Lass es geschehen, denn es geschieht in großer Liebe und Achtsamkeit. Zelle und Achtsamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und nun verankere ich für dich all das, was du ausgesprochen hattest. Jede Affirmation wird nun in deinen Zellen verankert. Genau an den Stellen, die jetzt frei geworden sind durch die Reinigung. Und dies geschieht ohne Worte. Jede Affirmation wird nun in deinen Zellen verankert. Jede Affirmation wird nun in deinen Zellen verankert. Jede Affirmation wird nun in deinen Zellen verankert. Eine große Heilung durfte geschehen. Und wenn du es dir erlaubst, werden die Energien in deinem Körper sich ihren Platz suchen und dich weiterhin unterstützen. Wiederhole die Affirmationen in deinem Alltag, immer wenn dir danach ist. Und nun nehme dir noch etwas Zeit für dich. Tue etwas Schönes und genieße deinen Tag.